das nächste spiel was ich hier habe ist auch noch eine ganz ist auch noch nicht fertig ich habe jetzt hier project first contact moment mal kurz in meine liste ja zeich kommt lass mich da rein das ist halt ein indie game auch wieder ein bisschen simulationen mit drin ist halt überleben action adventure von allen bisschen was drin gibt es auch in deutsch kostet aktuell 3,50 im angebot und ja hat halt auch mit zombies und weiß allen möglichen krempel zu tun ich würde sagen wir gehen einfach mal rein und schauen mal wie es wird und wie gesagt es ist noch nicht nicht fertig nicht richtig gelesen habe wenn ich weiß dass das richtige ist so alles klar kommen wir mal ich hoffe made with unity dass das alles jetzt funktioniert hey fire das spiel auch erkennen erkennst du das spiel mit auch ja erkennt so erstmal die sprache wir haben sehr viel auswahl spiel laden neues spiel entwickler kontaktieren so machen wir mal ein neues spiel hunderte hochfuß haben die erde unter ihre gewalt gebracht und die aliens begannen mit ihrem sogenannten projekt first contact der eroberung der gesamten planeten ist einer der glücklichen die bis jetzt von dem schicksal verschont blieben dein überleben und dass der menschheit selbst verlangt dass du die außerirdischen ein für allemal besiegst er konnte bis zu sieben verschiedene gebiete auf der erde darunter area 51 eine der bekanntesten höhlen der welt mit dem mountain und viele mehr you will have frequently ok wir haben halt halluzinationen und unklare sicht mal gucken mein sound ist dann liegt das an dem spiel das ist vom spiel dann so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe das Spiel jetzt leiser gemacht. Wenn ihr es noch leiser haben wollt, müsst ihr es selber runter regeln. Und das Verzerrte muss vom Laden des Spiels gewesen sein. Ihr habt alle einen eigenen Lautstärkeregler. Wenn was zu laut ist, müsst ihr es runter regeln. Ich habe ja nichts gesagt eben. Was bist denn du für einer? Was war das denn? Was bist denn du für einer? Aua! Aua! Alter! Oh! Oh meine Ohren! Was ist das denn? Was? Was seid ihr denn für welche? Was ist das denn für eine? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Oh ja, ihr Garten Oh ja, geil Hallo, Herr Polizist Ich habe keine Zeit für Sie Alter Also Der haut auf mich Ich werde dich töten Was ist das? 15 Minuten geschmort Ich kann doch nicht mehr weglaufen vor dem Vieh Meine Karte Kommt das nächste Alien Hallo Hey Da hau ab von mir Was war das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warte F Oh cool Was ist cool? Foto Ne Ich werde dich töten Ich werde dich töten Ich werde dich töten Ich werde dich töten Was war das denn? Der böse Teddy? Wie? Oh Gott, okay Ja No 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 Das ist zu Ähm Hey Kater Muss ich da reinspringen? Ich werde dich töten Ich weiß es nicht Okay, nee Da hätten wir nicht reinspringen dürfen Gut Also wie gesagt Es ist halt Äh Ja Wohl auch noch nicht fertig Ich weiß noch nicht Was mache ich für den Fotoapparat? Ach C Was? C und Was war die andere Taste? Weiß noch jemand Lautstärke Fahren Äh I Ach I ist immer da Okay Ich will sagen Wir gehen zum nächsten N war die andere Taste Okay C Ernsthaft Hey Stefan Okay Ich würde sagen Wir nehmen das nächste Ich glaube Auch wenn das noch Am Anfang ist Das war jetzt Nicht so schön Ich würde sagen Ich würde sagen Ich würde sagen Ich würde sagen Untertitelung des ZDF, 2020